So, für alle, die mitmachen bei Berliner Rekorden ab heute und gemeinsam mit uns, den größten Hund Berlins Suchern, die fragen sich natürlich, wie misst man das? Wir haben uns schlau gemacht, und zwar nimmt man die Schulterhöhe des Tieres. Ich will es Ihnen ganz kurz demonstrieren, wenn Sie bitte mitkommen. Das ist jetzt Max. Max, war Platz? Nein, nein, Platz vorne. So, man misst, man misst bis hier. So, und das wäre ein Empfange von Max. Oh, ich habe von der falschen Seite gemessen. Aber es ist klar geworden, ja? Ich hätte von der anderen Seite... Das ist natürlich schon 2,90, das kann ja gar nicht sein. Okay, haben alle verstanden, ja? Ja!